In den letzten Jahren hatte ich immer sehr viel Glück mit meinen Nachbarn und so auch hier in Bern. Einer von meinen Nachbarn ist der Herr Biber. Den habe ich heute getroffen. Man sieht ihn nur selten. Tagsüber versteckt er sich meistens. Aber in der Dämmerung kommt er öfter raus. Man kann ihn antreffen, wenn er entweder Baumstämme fällt oder wenn er nach Fressen sucht. Und so war es heute. Hier ist er also, mein lieber Nachbar, der Herr Biber. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020